Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich wollte eigentlich gerade ein Video aufnehmen für die Season, die nächsten Monat kommt. Da gibt es nämlich neue Informationen, die ich mit euch teilen wollte, wie die Season läuft und abläuft und funktioniert und so weiter. Das Video kommt morgen, wenn das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Aber was mir dazwischen gekommen ist, sind die Patch Notes, denn der neue Patch ist draußen, der so angekündigt wurde und heiß erwartet wurde. Patch 1.03 müsste es sein. Sekunde, ich gucke nochmal eben. 1.03, ja. Und der beinhaltet ganz, 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 ganz viele Fixes. Es gab ja einige Bugs und Fehler. Kleinigkeiten, nichts Großes, aber die gab es. Und unglaublich viele Klassen und Aspekte Buffs plus noch ein paar Kleinigkeiten. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Inhalte jetzt mal zusammen an. Äh, und zwar die Patch Notes. Also erstmal gibt es ganz, ganz, ganz viele Bugfixes für alle Plattformen ist das übrigens. Dungeons, Events, Activities, Gameplay Fixes, ganz viel. Könnt ihr euch selber durchlesen. Ich werde euch den Artikel von WoW Head, keine Ahnung, das war die erste Google-Suche, Google-Treffer, den ich gefunden habe, werde ich euch unten einmal markieren, dann könnt ihr euch die Patch Notes selber einmal durchlesen. Aber das, was interessant ist, das würde ich gerne mir mal mit euch zusammen anschauen. Und zwar ist das hier unten, Gameplay Adjustments. Und darauf habe ich sehr lange gewartet. Signifikantly, also sehr, also nicht nur ein Prozent, sondern wirklich sehr, krass erhöhte Erfahrung in Albtraum-Dungeons. Und das ist so huge für mich. Ich laufe den ganzen Tag mit dem kleinen Albtraum-Dungeons. Das macht bei uns aktuell am meisten Spaß. Blindhöhlen, Niedergang der Champions, also Champions, die Mice. Übel, übel nice und es ist richtig, richtig cool, dass wir da jetzt endlich noch mehr Erfahrung bekommen, weil es sich aktuell nicht so anfühlt, als würde es extrem Vorteil haben, die Albtraum-Dungeons zu laufen, anstatt normale Dungeons. Zusätzlich signifikantly increasete Erfahrung, wenn man Monster in diesen Albtraum-Dungeons killt. Das heißt, der Abschluss des Dungeons gibt viel Erfahrung. Der hat vorher schon viel Erfahrung gegeben. Versteht mich nicht falsch. Vor allen Dingen auf geringerem Level. Aber jetzt gibt es das nochmal mehr. Und auch die Gegner in dem Albtraum-Dungeons geben mehr Erfahrung. Die Höllenflut-Chests, die waren ja auch so ein kleiner Kritikpunkt. Vor allen Dingen alle anderen außer die Geheimnisse. Geheimnisvollen, Chests der Geheimnisse. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ihr wisst die, für 175 Flammen. Die war ganz gut, die sollte man sich holen. Die hat ja auch gewechselt, da habe ich euch ein Video gezeigt und und und. Aber die kleinen, die sind so ein bisschen hinten runtergefallen. Und jetzt sollen diese zumindest mal mehr Bonus-Erfahrung bekommen, dass es sich überhaupt lohnt, alle Kisten aufzumachen, beziehungsweise mehrere Kisten aufzumachen, um diese Bonus-Erfahrung zu bekommen. Dann wieder signifikantly increased. Genau. Der flüsternde Baum wurde auch increased. Das heißt, dort kriegt ihr auch wieder mehr Erfahrung across the board. Das heißt, alle Aufgaben vom flüsternden Baum kriegt ihr mehr Erfahrung. Finde ich sehr cool. Ich hatte ja auch schon mal ein Video gemacht. Zum flüsternden Baum. So teilweise bezüglich der Obolusse. Äh, da kann man dann also jetzt auch sehr cool Erfahrung mit sammeln. Und ein Issue fix, wo es keine Erfahrung gab, ist jetzt nicht so spannend. Äh, genau. Heldtide Roaming Bosses. Auch. Sehr interessant. Äh, ich habe die teilweise stehen lassen. Weil wenn ihr nicht genug Schaden macht und alleine seid, habt ihr es nicht geschafft, den zeitgünstig zu besiegen, um dann diese 5 Flammen oder was er gegeben hat. Und die 1, 2 Gegenstände. Hat es sich nicht wirklich gelohnt, diesen Boss zu killen. Und jetzt, Drop Higher Quality Loot. Ich werde in der nächsten, äh, Höllenflut auf jeden Fall diesen Boss besiegen. Äh, ich glaube, bis zu 2, 3 oder so kann man da besiegen. Wurde ich mal gucken, weiß ich jetzt aktuell nicht ganz genau. Hier, der wichtigste, der wichtigste Punkt von allem. Wenn ihr ein Altraum Dungeon jetzt öffnet, dann könnt ihr euch sofort da hin porten, ohne da hinlaufen zu müssen. Junge, war das nervig. Ich habe bestimmt 300 von diesen Altraum Dungeons gemacht und ich musste immer hinlaufen. Bin so froh, dass wir das jetzt haben. Das ist so wichtig. Ich bin gespannt, wie das gelöst wird. Äh, ich versuche gerade reinzukommen, aber, äh, hier tut sich gar nichts wahrscheinlich. Weil gerade der Patch war, wollen alle gerade rein. Deswegen, ich kann mal gerade ab, äh, brechen nochmal versuchen. Manchmal hilft das was. Naja, wir gucken weiter. Das ist sehr cool. Der Wii, das ist auch sehr cool für die Leute, die keinen Level 80er Charakter oder höher haben. Der Weekly Bonus, äh, die Weekly Bonus, also die wöchentliche Belohnungskiste vom Weltenboss, gerade auf Weltstufe 4, hatte ja diese 80er Level Cap. Und die könnt ihr jetzt immer aufmachen. Ihr müsst nicht Level 80 sein, die könnt ihr immer aufmachen. Könnte ich auch zeigen. Ich habe zwei auf der Bank. Ähm, aber ich komme leider nicht ins Spiel. Dann gab es eigentlich Buffs für jeden Charakter. Wir haben den Barbaren. Wir haben den Druiden, habe ich schon gesehen. Da habe ich sowieso sofort geguckt. Wir haben den Necromancer mit drin mit Buffs. Wir haben den Rogue mit Buffs. Wir haben den Sorcerer mit Buffs. Und sind das alle? 1, 2, 3, 4, 5, ja, das sind alle. Alle haben Buffs durchweg bekommen. Aber ich glaube, ich habe mir die jetzt noch nicht komplett angeguckt. Wie gesagt, ihr könnt euch die selber anschauen. Ich glaube so diese, gerade beim Druiden, da spiele ich ja diesen Pulverisieren-Bild. Und ich bin mir gerade nicht sicher, was die Attacke auf Englisch heißt. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob der gebufft wurde. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten werde ich es wahrscheinlich auch mit dem Discord selber gleich herausfinden. Ich gehe hier gerade auf Fresh rein. Für mich ist das auch alles gerade neu. Sehr überwältigend. Aber sehr, sehr nice, dass jetzt diese Patches draußen sind. Mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet. Dass jetzt extrem viel gebufft wurde. Wir mehr Erfahrung bekommen. Besseren Loot. Es sich alles viel mehr lohnt. Und vor allem das Endgame. Das Endgame war ja der Kritikpunkt. Alptraum-Dungeons, Höllenflut, da hatte niemand Bock drauf. Zumindest ich nicht. Abgesehen von diesen 175er Chess. Und dass die Gegner zwei Level höher waren, aber geschenkt. Und vor allem der flüsternde Baum, den habe ich gar nicht mehr gemacht. Also dann habe ich nur das mitgenommen, was ich sowieso schon hatte. Aber ich bin nie aktiv auf den flüsternden Baum, auf die Sachen draufgegangen. Außer, das passt zwar nicht ins Video, aber wenn ihr einen flüsternden Baum Dungeon habt, wo ihr noch den Kodex der Macht braucht. Da macht es natürlich Sinn, weil ihr kriegt den Kodex und ihr kriegt fünf grausige Gaben. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das waren die Patch Notes. Ich bin extrem gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich denke, durchweg eigentlich positiv, oder? Der nächste Patch, hatte ich schon gesagt, wird kommen mit der Season. Season steht noch nicht ganz genau fest. Ich würde aber sagen, Mitte Juli wird es angekündigt. Und Ende Juli kommt es dann an den Start. Und der Patch kommt auch Ende Juli. Das heißt, heute in einem Monat. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe richtig Bock. Mir macht das Spiel extrem viel Spaß. Ich habe jetzt 234 Stunden im Game. Ja, ist sehr, sehr nice, das Game. Ich würde mich sehr über ein Like freuen, Leute. Und wie gesagt, morgen kommt ein Video zur Season. Alles, was ihr wissen müsst und vor allen Dingen, was ihr schon vorbereiten könnt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Dann würde ich sagen, bis morgen. Haut rein, Leute. Ciao.